Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Morgen steht der 29. Spieltag für unser Team auf dem Programm. Es geht gegen Nürnberg und das ist natürlich ein unglaublich wichtiges Spiel für uns im Abstiegskampf. Erst recht durch die sehr große Unruhe unter der Woche. Denn weiterhin gibt es Gerüchte rund um Karel Gerrads. Will er möglicherweise sogar freiwillig Schalke nach Saisonende verlassen, denn Brügge ist weit an ihm interessiert. Zudem reden wir auch heute nochmal ausführlicher über unsere Mannschaft, über die Kabine. Denn dort gibt es immer mehr Berichte darüber, dass diese sich selber zerfleischt und selbst eine Extraprämie von 400.000 Euro bislang nicht so richtig geholfen hat, um nochmal mehr Punkte holen zu können. Es gibt aber auch natürlich Themen rund um diese ganze Geschichte mit der Unruhe. Wir blicken natürlich auf das aktuelle Personalupdate. Wer ist fit für morgen, wer möglicherweise auch nicht. Und es gibt auch Gerüchte rund um einen neuen Torwarttrainer. Denn Gladbach möchte gerne Simon Henssler haben. Somit sind das also unsere heutigen Themen. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Legen wir erstmal grundsätzlich los mit dem Blick auf das Personalupdate, welches Karel Gerrads gestern auf der Pressekonferenz gegeben hat, bevor es eben dann gleich zu den schweren, großen, diskutablen Themen kommt. In Sachen Personalupdate ist natürlich eine Sache erstmal klar. Dominik Drexler gehört jetzt ganz neutral und nüchtern bewertet zur U23. Er trainiert dort auch ganz nochmal mit. Ob er spielen wird, ist auf jeden Fall noch nicht klar. Ob er nochmal zu den Profis zurückkehren wird, auch nicht. Aber für das Spiel gegen Nürnberg ist die Entscheidung natürlich auf jeden Fall klar. Dominik Drexler ist nicht mit dabei. Deutlich interessanter wird auf jeden Fall die Frage sein, ob Assan Uedraogo morgen Abend dabei sein wird oder nicht. Denn bei ihm sieht es aktuell etwas schwierig aus. Gegen Hannover musste ja Uedraogo ausgewechselt werden. Da hat aber auch Schalke direkt eine Warnung gegeben. Es war keine Verletzung. Der Grund war eben dann die Müdigkeit. Und das war ja auch durchaus zu erwarten, nachdem Uedraogo mehrere Monate ausgefallen ist. Und dann war es ja auch am Dienstag, so im öffentlichen Training, dass Fans leider nicht Uedraogo bestaunen konnten, weil er eben bedingt durch die Belastungssteuerung individuell trainiert hat. Und dann gab es diesbezüglich gestern eine schlechte Nachricht. Denn während Schalke am Dienstag noch selber gesagt hat, hatten wir ja auch am Mittwoch dann darüber gesprochen, dass es bei Uedraogo auf jeden Fall so ist, dass er eben aufgrund der Müdigkeit jetzt mal weniger trainiert, aber dann auf jeden Fall eine Option sein wird, konnte er auch am Mittwoch und Donnerstag nur individuell trainieren. Also er hat eben nach dem Spiel gegen Hannover noch nicht mit der Mannschaft trainieren können. Und das ist eben jetzt ein Tag vorm Spiel. Karel Gerratz hat gesagt, dass er heute auf jeden Fall nochmal abweiten wird, dann eine Entscheidung trifft. Aber wenn du halt unter der Woche dreimal nicht mit dem Team trainieren kannst, dann spricht für mich auf jeden Fall von meinem Gefühl sehr wenig dafür, dass wir Asan Uedraogo morgen in der Startelf sehen. Vielleicht wird es, wenn er heute wieder im Training ist, für den Bankplatz reichen. Aber natürlich weiß man eben auch nicht, wie hoch das Risiko ist, wenn Uedraogo ohne gewisses Training am Wochenende direkt wieder spielen wird. Weil man darf eben nicht vergessen, dass es oftmals bei Spielern so ist, die nach einer etwas längeren Verletzung zurückkehren, dass sie erst ein paar, zwei, drei richtig gute Spiele machen und dann eben wieder einen Rückschlag erleiden, ist irgendwie typisch bei so einem Körper. Und deswegen wäre das vielleicht auch jetzt ein gefährlicher Punkt bei Uedraogo, wodurch man dann vielleicht wieder einen längeren Ausfall hätte. Deswegen glaube ich nicht, dass man dort volles Risiko gehen wird. Klar ist eben auch, Uedraogo ist 17 Jahre alt, einen jungen Körper, der bislang schon ein paar Mal verletzt war. Auch da wird man besonders drauf achten. Immerhin gibt es aber gute Nachrichten bezüglich Ron Schallenberg. und Brandon Zoppi, denn die standen ja zuletzt mehrere Male nicht zur Verfügung. Aber beide sind in der aktuellen Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Schallenberg hat laut Karel Gerrads auf jeden Fall gut und voll mittrainiert. Bei Brandon Zoppi ist es etwas geringer noch. Der ist aber auch schon bei 80 bis 90 Prozent. Und deswegen sind möglicherweise auch beide Kaderoptionen für das Spiel gegen Nürnberg. Somit also zu den reinen Fakten, die gestern geliefert worden sind. Und jetzt zu den ganzen Geschichten rund ums Spiel und natürlich auch bezüglich Karel Gerrads. Denn da gibt es ja aktuell viele Diskussionen darüber, viele Meinungen darüber, inwieweit Karel Gerrads vielleicht schuld daran ist, dass die Mannschaft aktuell nicht liefert und es sehr viel Unruhe gibt. Vielleicht ist aber auch Karel Gerrads der Unschuldigste von allen und könnte eigentlich viel, viel mehr. Und da gibt es ja wirklich viele verschiedene Meinungen. Und jetzt gibt es aber auch nochmal weitere Medienberichte, die durchaus Zweifel schüren, ob das mittelfristig noch so funktionieren kann. Denn laut der WAZ gilt Karel Gerrads auch weiterhin als Top-Kandidat für den Trainerposten beim FC Brügge. Das Gerücht ist ja nichts Neues. Ich glaube, jeder von euch hat bereits davon gehört. Brügge ist ja der Ex-Klub von Gerrads, da hat er als Spieler einige Jahre verbracht. Seine Familie lebt auch dort in der Nähe. Es ist ein Verein, der Jahr für Jahr ums internationale Geschäft mitspielt, um Titel mitspielt. Und die wollen eben Karel Gerrads ab Sommer unbedingt haben. Und Experten in Belgien gehen auch fest davon aus, sind davor gehaltener Hand, dass Gerrads nach Brügge wechselt und damit sozusagen selber auch freiwillig Schalke verlassen könnte. Denn natürlich gibt es auch die Diskussion darüber, ob vielleicht Karel Gerrads im Saisonendsput noch entlassen wird. Oder selbst wenn man sich retten wird, vielleicht dann am Saisonende entlassen wird. Aber vielleicht will er sogar von selbst gehen, denn Brügge möchte ihn unbedingt haben. Und ganz im Ernst, man kann es ihm, finde ich, gar nicht mal zwingend verdenken, wenn das tatsächlich passieren sollte. Natürlich ist Schalke grundsätzlich ein geiler Verein. Aber allein schon diese aktuellen Medienberichte, diese aktuellen Spekulationen, die Maulwürfe innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins, die alles nach außen tragen, das ist eben auch für einen Trainer unglaublich schwierig. Er hat im Winter klare Transferwünsche gehabt. Am Ende hat er nahezu keine Verstärkung bekommen. Und deswegen kann ich es irgendwo auch sogar verstehen, wenn Karel Gerrads selber das machen wollen würde, ohne eben, dass man aktuell weiß, dass es tatsächlich so ist. Denn Karel Gerrads wollte dazu auf der Pressekonferenz gestern nicht so wirklich was sagen. Der Fokus liegt auf dem Saisonendsput. Danach setzen wir uns alle zusammen. Und trotzdem scheint es eben auf jeden Fall so zu sein, dass es rund um Karel Gerrads jetzt nochmal mehr Diskussionen geben wird, rund um seine Zukunft, eben auch durch das Thema Kabine, Dominik Drexler, Unruhe innerhalb des Teams. Denn der Kader ist kompliziert. Selbst Thomas Reis ist daran gescheitert, auch eher, ich will jetzt nicht sagen, auf den Kumpelkurs zu gehen, sondern aber auch eher mal auf die Spieler zuzugehen. Auch das hat unter Thomas Reis nicht geklappt. Bei Karel Gerrads in Sachen Autorität wählt er vielleicht einen etwas strengeren Weg, aber auch das scheint nicht so richtig zu funktionieren. Also am Ende ist eben auch der Kader komplett falsch zusammengestellt. Und trotzdem fürchtet Gerrads nicht durch die Drexler-Entscheidungen, den Kader komplett zu spalten. Seine Freunde mögen die Entscheidung nicht. Das ist normal. Darüber haben wir am Dienstag auch gesprochen. Danach habe ich im Training aber ein Team gesehen, das alles für den Klassenhalt in der zweiten Liga tun will. Hat Gerrads diesbezüglich auch nochmal klar gemacht, dass er auf jeden Fall davon ausgeht, dass die Mannschaft liefern wird. Aber man hatte ja bereits vor zwei Tagen diesen schon auch erschreckenden Medienbericht gehört, dass große Teile der Kabine nicht mehr hinter den Trainer stehen. Und wenn natürlich das stimmt, plus gepaart diese Belgien-Gerüchte da sind mit Karel Gerrads, dann bin ich mal sehr gespannt, was passieren sollte, wenn wir morgen verlieren. Ich würde es mir nicht wünschen, überhaupt nicht, weil ich wirklich daran glaube, dass wir mit Karel Gerrads eine gute Zukunft haben können, wenn die Voraussetzungen stimmen. Aber was man aktuell alles so hört, auch von den Medienvertretern, die eben nochmal näher dran sind als wir Fans, das ist teilweise schon wirklich erschreckend. Der große Schlamann von Sky hatte gestern einen Bericht zusammengefasst und nur kurz von mir runtergebrochen auf die Aussagen, dass unsere Mannschaft zerfressen von Egoismus und Missgunst ist und der nächste Umbruch im Sommer zwingend notwendig ist, dass sich dann die Kabine im Abstiegskampf selber zerfleischt. Dass es tatsächlich diese verschiedenen Gruppierungen gibt und dass er in seinen 23 Jahren als S04-Reporter so viel Kaputtes bei Schalke noch nie erlebt hat. Wie gesagt, ob man jetzt die große Schlamann mag oder nicht, ob man generell die Medienberichte mag oder nicht, finde ich sowas wirklich erschreckend zu hören. Denn auch Andreas Ernst von der Watz, der 14 Jahre Schalke-Reporter ist, kann das auf jeden Fall so bestätigen und sagt, so wie aktuell habe ich den Verein ganz selten erlebt. Also wir befinden uns in einer ganz, ganz schwierigen Situation, in einer ganz gefährlichen Situation und können wirklich nur hoffen, dass das bis zum Saisonende gut ausgehen wird und wir irgendwie über dem Strich stehen werden. Und dann muss sich auf jeden Fall extrem viel ändern. Und diesbezüglich gibt es auch jetzt einen sehr interessanten Bericht vom Kicker, denn die haben gestern exklusiv vermeldet, dass unsere Mannschaft eine Extra-Prämie bekommen sollte für die Spiele gegen Karlsruhe, Hannover und das morgige Spiel gegen Nürnberg. Denn nach Kicker-Informationen hat Schalke seine Mannschaft versprochen, dass sie 400.000 Euro an Prämien bekommt, wenn man aus den Spielen gegen Karlsruhe, Hannover und Nürnberg insgesamt sieben Punkte holt. Das ist natürlich mittlerweile schon gar nicht mehr möglich, weil man eben gegen die KSC und Hannover unentschieden gespielt hat. Das heißt, selbst wenn man gegen Nürnberg gewinnen sollte, wären es nur fünf Punkte. Sprich, die Extra-Prämie ist den Spielern bereits durch die Lappen gegangen und das natürlich, obwohl Schalke selber hoch verschuldet ist und natürlich auch perspektivisch nicht zwingend besser aufgestellt sein wird. Und da war natürlich schon noch so ein bisschen die Frage, warum hat sich denn Schalke dazu entschieden, überhaupt eine solch hohe Prämie auszusetzen? Und es war auf jeden Fall so, dass sich unsere Vereinsführung ganz bewusst dafür entschieden hat, dieses Paket zu schüren für die drei Spiele gegen Karlsruhe, Hannover und Nürnberg. Denn das hat auch mit dem Zeitpunkt zu tun. Denn mit mindestens sieben Punkten aus diesen drei Partien wäre Schalke wohl möglich nach internen Berechnungen aus dem gröbsten herausgewesenen Abstiegskampf. Und das wiederum hätte natürlich für Planungssicherheit gesorgt in Sachen Kaderumbau, in Sachen Sponsorenakquise, in Sachen Ben Manga. Und deswegen war es eben Grund genug, für unsere Verantwortlichen die Spieler nochmal extra zu motivieren. Und auch wenn es natürlich sich dann komisch anhört, dass Schalke auf einmal eine halbe Million als Prämie raushauen würde für drei Spiele, gibt es auch diesbezüglich ganz gute Gründe. Denn es ist eben so, dass natürlich wir finanziell angeschlagen sind, aber man wollte ja grundsätzlich aufsteigen in die Bundesliga. Das war das klare Ziel. Und vor der Saison wird eben auch deswegen immer ein Topf bereitgestellt mit Punktprämien für unsere Mannschaft. Und der ist logischerweise noch sehr, sehr gut gefüllt. Und deswegen war unsere Klubführung nun bereit, den stattlichen Betrag auf einen Schlag locker zu machen. Hat nicht funktioniert. Und trotzdem kann man das sicherlich dann so probieren. Aber aktuell gibt es auf jeden Fall keine Pläne, das irgendwie nochmal in den nächsten sechs Wochen zu probieren. Sprich nochmal irgendwie neuen Anreiz zu schaffen, das Geld zu bekommen. Und deswegen kann man auf jeden Fall jetzt festhalten, es ist vielleicht auch erst mal fraglich, ob diese Mannschaft tatsächlich überhaupt eine solche Extra-Prämie verdient gehabt hätte. Plus, braucht man überhaupt eine solche Extra-Motivation im Abstiegskampf? Darüber kann man natürlich jetzt sehr gut diskutieren und philosophieren. Am Ende war es eine Gelegenheit für die Mannschaft, nochmal on top neben guten sportlichen Ausbeutungen natürlich auch dann nochmal etwas Geld zu bekommen. Hat nicht funktioniert. Ich finde, am Ende kann man es probieren. Ist vielleicht nicht verkehrt. Und jetzt haben wir eben die 500.000 Euro auf dem Konto und hoffen, dass sich die Truppe auch so gut genug motivieren kann. Und damit blicken wir nochmal auf ein Thema, was rund um diese Unruhe wirklich nichts damit zu tun hat und somit nochmal, finde ich, ganz gut hier reinpassen kann. Zum Abschluss. Simon Henssler steht nämlich auf der Liste als neuer Torwarttrainer von Borussia Mönchengladbach. Wir hatten ja hier auch auf Schalke Inside vor einigen Wochen bereits über das Thema gesprochen, denn Gladbach sucht einen neuen Torwarttrainer, denn dort wird der Posten frei. Der aktuelle Torwarttrainer Sven Otte wechselt nämlich im Sommer, ich glaube, in Richtung USA. Und deswegen sucht eben die Borussia einen neuen Torwarttrainer. Und hier gibt es mehrere Kandidaten, unter anderem auch den vom DFB, der auch parallel bei Freiburg Torwarttrainer war. Aber Simon Henssler scheint wohl mittlerweile sehr in diese Favoritenrolle reinzurutschen. Denn laut der Rheinischen Post führt Gladbach Gespräche mit Simon Henssler, der bei uns einen auslaufenden Vertrag hat und somit natürlich auch dann im Sommer als Torwarttrainer zu haben wäre. Also es ist auf jeden Fall so, dass Gladbach ihn unbedingt haben möchte. Die Gespräche werden geführt und aktuell skizziert eben auch dann Gladbach, Simon Henssler, wie eine gemeinsame Zukunft aussehen kann. Henssler ist ja bei uns auf Schalke bereits seit 2015 Torwarttrainer. Er ist damals mit André Breitenreiter vom SC Paderborn gekommen, war auch dann Co-Trainer unter Tedesco, Weinziel, Wagner, Stevens, Groß, Baum, Gramozis, um mal die erste Rieche zu nennen. Unter Gramozis gab es dann auch das kurzzeitige Ende. Er wollte damals einen anderen Torwarttrainer haben, dann wurde er aber auch kurz zu dem Aufstieg unter Mike Büskens zurückgeholt, war dann da Co-Trainer, genauso wie unter Kramer, Reis und eben jetzt Karel Gerrerts. Also auch Simon Henssler hat natürlich auf Schalke schon unglaublich viel erlebt. Und es scheint wohl durchaus möglich zu sein, dass das Kapitel auf jeden Fall endet, denn auch Schalke selber beschäftigt sich damit, wie man hört, sich auf dieser Position vielleicht noch mal neu aufstellen zu wollen. Ein Kandidat ist vielleicht auch sogar dann direkt mal Michi Langer, denn der ist ja bei uns aktuell dritter Keeper, war parallel, aber sogar auch mal Torwarttrainer bei einem Spiel, wo Simon Henssler krankheitsbedingt ausgefallen ist. Zudem absolviert er ein Trainee-Programm, also ist sicherlich eine Rolle, die sich Langer vielleicht auch selber vorstellen kann. Ist zumindest jetzt reine Spekulation von mir und fände ich auf jeden Fall durchaus spannend, das eben auch dann so zu lösen. Denn auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, für Simon Henssler kann das auf jeden Fall noch mal ein anderer, ein vielleicht auch besserer Karriereschritt sein, zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln. Und ich persönlich bin auch immer der Meinung, ein paar neue Impulse, auch im Torwartspiel, auch im Torwart-Team, können vielleicht doch da nicht schaden zur kommenden Saison. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zur Community-Frage in die Kommentare schreiben. Und da habe ich euch mal gefragt, haltet ihr denn einen freiwilligen Wechsel von Karel Gerrads nach Belgien für Vorsteller, oder glaubt ihr, dass er unbedingt bei Schalke bleiben will, wenn der Klassenherr gelingt und das Thema Belgien für ihn gar keins so richtig ist. Schreibt dazu und zu allen anderen Themen gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf. Anade Schalker.